Könnt ihr immer die ganzen Matches verfolgen und daraus lernen, wie man da am besten, was für Biled, also Items man sich für einen bestimmten Charakter da kauft. Also ist schon interessant, solltet ihr mal reinschauen. Ja, also ich muss einfach sagen, das ist ein Scheißspiel, also ich hasse es. Ich liebe es, also viele mögen es, also spielen auch viel mehr Leute als World of Warcraft, habe ich mal gehört. Ja, auch so ein schreckliches Spiel. Also ich muss ehrlich gestehen, ich mag eigentlich so Spiele, obwohl ich halt World of Warcraft nicht gespielt habe. Wäre bestimmt auch mal interessant, aber ich spiele dafür so Spiele wie El Lox oder so, wo vielleicht auch mal Let's Bay kommen wird, aber im Moment nicht, weil ich schon relativ viele Projekte im Moment am Laufen habe. Puh, also, ähm, ja, also ich finde das Spiel echt einfach schrecklich. So Spiele kann ich irgendwie nicht leiden. Und, äh, ja, für die, die auch der Meinung sind, dass das scheiße ist, like das Video. Also, glaube ich eher nicht, dass das viele nicht mögen, also viele werden es auf jeden Fall mögen. Du bist da so die einzigste Ausnahme. Ja, ja. Mit Sicherheit. Und, äh, das Spiel ist hier bei mir sowas von am Leggen. Ich bin mal gespannt, ob wir ja irgendwann jetzt bald mal geschmissen werden. Und wo... Naja, ich werde nicht geschmissen, also bei mir ist es überhaupt nicht am Leggen, komischerweise. Ja, gut. Wir haben ja gleich in der Verbindung. Ja, nein, das ist ja, äh, liegt ja an meinen, äh, Laptop. Das ist ja kein Hochleistungs-Laptop. Und da ist das echt schrecklich. Nein, ich wollte es noch schaffen, Mist. Und noch, da wir jetzt noch skypen, da ist es ja wirklich am überlasten, also das ist schrecklich. Ich bin echt froh, wenn ich meinen Computer habe, ey. Und dann mal endlich mal Flüssig hier die Spiele zocken kann. Auf hohen Einstellungen. Nioh. Alter, krass. Nein, da habe ich jetzt nicht hingeguckt. Mist, schon wieder ein Taliban. Ach, das war der gleiche. So, zack, Taliban erledigt. Und ich bin, ähm, ja, echt überrascht, dass ich... Äh, was hast du gesagt? Alter, ich bin, äh, du bist so geschwulst. Oh, Mann. Ne, ich bin echt überrascht, ähm, dass ich wirklich auf einmal so schnell so viele Abonnenten bekommen habe. Dafür ein herzliches Dankeschön. Und, ja, wir sind jetzt schon bei, äh, Moment, Entschuldigung, da stehe ich schon da frech, aber... Kein Problem. Ähm, ich bin ja jetzt schon bei, äh, 97 Abonnenten aktuell. Und bald in das Jahrhundert, also hoffe ich mal. Und, äh, da... Ich weiß nur nicht, was ich mal als Special machen soll oder so. Könnt ihr ja mal vielleicht in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht. Weißt du, was ich machen könnte? Keine Ahnung. Also, vielleicht ein neues Projekt oder so. Ah, hier, ähm, da muss ich gerade nochmal dich unterbrechen. Ich finde es furchtbar. Das hier ist wieder mal so ein Hacker. Äh, weil... Ja, jeder weiß, dass man nicht so gut sein kann mit dieser Waffe. Und, äh, dann direkt Kills hintereinander und, ähm, die macht halt sehr viel Schaden, ja. Ja, und deswegen nehmen die viele Hacker da, die dann viele Gegner schnell down bekommen. Das ist einfach nur schrecklich. Schrecklich. Okay. Jetzt kannst du wieder, wenn du was sagen möchtest. Ja, genau. Zu meinen Abonnenten würde ich auch sagen, also ich habe jetzt mittlerweile die 50 erreicht. Ist auch schon mal sehr gut. Freut mich auch sehr. Und ich würde hoffen, dass ich natürlich noch mehr bekomme. Und vielleicht schaffe ich es sogar noch, dich irgendwann noch zu überholen. Naja, mit, äh, dieser Methode, die du da ja gefunden hast. Also, das finde ich irgendwie schon ein bisschen komisch. Weil, da hat keine Methode... Was meinst du denn für eine Methode? Das war ja, weil ich... Nein, ich, äh, hatte, also den... Mein Bruder wurde angeschrieben von einem, das er, äh, für den, äh, bis zu 50 Abonnenten macht. Und das ist einfach nur Werbung, weil sonst hätten die mich ja... Oh, Mann. Ja, und dann hätten die mich ja nicht angeklickt. Also, dann wenn ihr selbst so... Das war ja kein Satz-Vorsatz. Ich hab ja die anderen ja nicht abonniert. Also, ist das kein Trick oder so? Ja, nein, aber ich frag mich, wieso auf einmal... Wieso auf einmal, äh, zwölf Abonnenten direkt auf einen Schlag da sind. Das kann ja nicht sein. Doch. Das kann auf jeden Fall sein. Wenn der, wenn der... Wenn der doch einfach nur seinen Leuten schreibt, guckt mal bei dem Kanal rüber. So. Dann, das ist... Der hat erstens keinen gezwungen, mich zu abonnieren. Der hat einfach nur geschrieben, dass da, äh, die Leute mal bei meinem Kanal vorbeigucken sollen. Und das ist kein Problem. Da, das ist auch kein Hack oder so. Ja, aber ich find das schon irgendwie komisch. Innerhalb von 10 Minuten so viele Abonnenten. Nö. Ich find's cool. Weil der hatte, der hatte ja schon einige Abonnenten. Deswegen ist das für den kein Problem. Nee, der lacht. Ja gut, der, so viel hatte der auch nicht. Der hatte gerade, war, 145. Ha, der hatte 150. Das ist schon eine Stange mehr. Ah, nein. Naja, jetzt mal zum anderen Thema jetzt mal. Und zwar fällt mir keins ein. Dann lasst uns jetzt einfach mal hier rüber. Und uns nicht töten. Was sind denn die Feinde? Ey, wir stehen hier so in Stellung, gell? Mhm. Alter. Gucken wir mal die Gegner. Alter, ja klar. Da sieht man auch wieder KD 32.0. Wie soll das gehen mit der QJ? Y-Lane. Ja klar. Ah, wir müssen weiter. Kommt kein Schwein mehr hin. Ich dachte schon, wer schießt denn da also? Und äh, gleich werden wir wieder aufnehmen. Da werde ich dann wieder als Nika auftreten. Und äh, dann euch endlich mal die VSS-Win-Torres vorstellen. Und ich werde dann mal, ich bin glaube ich ein Level aufgestiegen, Level 8. Ups, dann werde ich mal Claimor mit reinnehmen. Wird wahrscheinlich so lustig. Puh, scheiße. Ich hätte mich nicht dahin stellen sollen. Oh, ein Camper. Ja. Also, äh, das finde ich jetzt hier furchtbar. Ah, hey. Du bist vor mir. Ich bin jetzt hinter dir. Oh, oh. Bleib du da weg. Okay. Gut, Weg frei. Los geht's. Ja, du musst eigentlich... Werf mal einen Motion-Sensor, bitte. Was? Motion-Sensor, also Bewegungsmelder. Ja, dort müsste ich glaube ich irgendwie der hier... Nee, wohnen. Wohin? Geradeaus nach vorne, zu B. Okay. Ja klar, da schreibt er, wir würden nicht hacken. Ja klar. Oh. So, und wir aktivieren jetzt mal, sofern die Luft rein ist... Ey, ich brauch Hilfe. Komm mal zu mir. Ja, ich kann nicht, sonst werde ich... Wo, wo kommt das überhaupt her? Ja. So, wie ihr hier gesehen habt, sind wir jetzt zwei Leute jetzt gespawnt von uns. Und das ist durch meine, ähm... Ja, wie soll ich sagen, das so eine Leuchtpistole? Und ja. Ah, fuck. Hilfe bei Kill, sehr gut. Nein, verdammt. Werde ich jetzt bei dir gespawnt? In deiner Nähe? Nicht mehr. Das Ding ist jetzt abgelaufen. Warte mal, ich bin aber trotzdem noch ganz in der Nähe. So, und jetzt pass auf, ich jetzt einfach mal alle kille. Warte. So. Was ist das für einer? Ah. Der gehört zu uns. Dann, äh, komm zu... Oder ne, bleib bei... Wo bist du? B. Ja, bleib da. Da kommen jetzt Leute. Ich verkaribadiere mich hinter dem Wagen. Da, komm. Also, lauf nicht raus. Sonst bist du... Oh, oh. Ja, da hinten ist einer. In dem, äh, kleinen Dinger da. Ich hab den markiert. Siehst du auf der Karte? Ach, da, ja. Achtung, der kommt jetzt. Pass auf. Ja, ich hab ihn gesehen. Wenn der jetzt rüberkommt. Jawoll. Geil. Haben ihn erwischt. Ja, ich hab ihn auch noch grad genutzt. Aber ich hab ihn leider keinen Kopfstürz. Das ist doch egal. Kommt, der ist gestorben. Ja. Oh, oh. Ich brauch's. Ey, bist du... Was, bist du Sanitäter, oder? Nein. Ich bin, äh... Na, Sturmsoldat. Achso, wir müssen jetzt erstmal die Aufnahme beenden, ne? Ja. Also, wir sehen uns dann direkt jetzt gleich wieder. Also, bis dann, Leute. Und ne kleine Änderung noch. Ähm, und zwar werde ich doch lieber erstmal an die Täter nochmal kommen. Und dann, bis später, Leute. Bis später. Bis später.